Moin Leute und Willkommen zu einer weiteren Episode meiner Battleground Reihe. Wir befinden uns hier in der Tiefenwindschlucht. Hallo Tiefenwindschlucht. Dich haben aber auch total selten auf meinem Kanal. Wenn ich aufnehme, dann ist es meistens immer nur Silberbruchmine oder Autosturm oder wie sie alle heißen. Oh lol, what? Was portet mich hier zurück? Was hat mich hier zurückgeportet? What the fuck? Latenz? Nee. Okay, whatever. Was auch immer das war, ich weiß es nicht. Ja, ich bin hier mit meinem Hordeschurken unterwegs, mit meiner Blutelvenschurken in Bloody Sherry. Hallo. Hallo. Giertechnisch ist immer noch schimmelpimmelhaftig. Am Wochenende war ja diese lustige, dieses Bonusereignis. Ich hatte aber keine Zeit, da irgendwie meine Horde Chars irgendwie zu equippen. Das ging einfach nicht. Einfach keine Zeit gehabt. Von daher muss ich mal irgendwann jetzt mir mal die Zeit finden und es einfach mal so machen. Aber wie gesagt, ziemlich pimmelig, das Gier. Aber wir gucken mal, was wir hier auf der Horde-Seite gerissen bekommen. Oh ja, Horde. Oh ja, und die Allianz hat gleich mal zwei Healer. Klar. Zwei Du-Du-Healer. Aber wir haben auch zwei Du-Du-Healer und ein Diszi. Ist bestimmt ein Diszi, oder? Ist es ein Diszi? Es ist ein Shadow. Okay. What the fuck? Es ist ein Shadow. Aber komm, geh mal in Verstohlenheit. Komm her. Verstohlenheit. Und ich habe keine Gifte drauf. Doch, ich habe Gifte drauf. Nice. Alles klar. Dann gehen wir hier auf den Krieger und schnetzeln ihn. Ja. Und schnetzeln ihn, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, wir schnetzeln ihn. Jetzt schnetzeln ihn. Nice. Hahaha. Ey, der geht schnetzelt von mir. Oh, und wir müssen den Verstohlenheit gehen, habe ich gesagt. Ja, nein. Warum hätte ich hier allein gelassen? Was macht der andere Schimmelpimmelschurke, der da war? Ist er schon down, oder was? Goblin? Ja. Oh ja, da war er echt schon down. Oh, okay. Habe ich nichts gesagt, Bro. Nichts gesagt. Das fängt ja schon wieder gut an, auf Vorderseite. Top. Natürlich. Top. Schurkenflaggen campen. Aha. Die Pros sind hier wieder am Start und geben uns wieder die Regel vor, wie wir hier das Spiel zu spielen haben. Das ist natürlich geil. So, Leute, finde ich immer geil. Kämmt euren eigenen Scheiß, sage ich dazu nur. Wir haben die Mitte. Oh, wir haben die Mitte. Ja, komm, geh mal Mitte. Die Mitte ein bisschen zergen. Was können wir hier nicht zergen? Können wir überhaupt was zergen? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Du bist... Unwichtig. Du bist... Wichtig. Du bist wichtig, ja. Du bist wichtig. Alles klar, komm her. Fräulein, wichtig. Yeah. Ja, komm her. Komm. Oh, fress doch. Warum frisst du nicht? Oh, gefiert unnötig. Total unnötig. Oh, warum kann ich in Verstohlenheit gehen? Was ist denn... Fuck. Was ist denn für ein Fuck hier? Ich seh's genau. Warum kann ich's nicht? Oder warum ist es so... Jetzt kann ich's. Okay. Ja, gehen wir hier auf den Speedy Boons. Hallo, Speedy Boons. Speedy Boons. Speedy Boons. Ey. Geh mal weg mit deiner Scheiß Bewegungsunfähigkeit. So. Du dreckiger, garstiger Healer. Da gehst du mir sowas von auf den Sack. Das glaubst du gar nicht. Oh. Jedes Mal. Ich kann auf einmal nicht mehr stunden. Was ist denn Fuck? What the hell? Was drücken die mir rein? Und... Ja. Natürlich. Schon down. Und der halbe Rate ist genauso down wie ich. Hahaha. Was ist denn hier schon wieder los? Der ist gar nicht sein. Aber werden wir ihn hier so gefisset schon wieder. Horde eben. Horde. Das ist eben Horde. Ja, ja. Horde. Da kann man nichts sagen. Die Horde. Der Raku. Der Raku. So. What the hell? Ja, 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 bro. Wohin willst du, hä? Wohin willst du? Und ich hab Schluckauf geil. Ja, ja, wir sind jetzt hier zu tausend, tausend und abermillionen sind die jetzt hier. Ja, ja, klar. Du reist an mir vorbei und kriegst keine Kopfnuss ab. Oder was ist los? Jetzt gehen die alle da oben und ich bin so langsam. Komm schon. Gib mir Schnelligkeit. Habe ich jetzt einen Damage-Buff oder was? Berserker. What the fuck? Wann haben wir stehen eingesammelt? Sehr nice. Was haben wir hier? Komm schon. Bisschen fixer. Wir haben hier... Ein Hexenmeister. Hallo Hexenmeister. Du bist... Natürlich. Führst du mich? Und... Juh, bam. Nice. Da kommt der Damage. Da kommt der Damage. Oh, ja. Friss. 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 Das ist eben der Nachteil, wenn man kein Gier hat. Man geht so schnell down. Dann geht's so fix down. Ja, Mann. Wie gehe ich denn so fix down? Komm schon, ich kann so toll springen. Rätts mich. Du Wobbeltaure. Wobbel, 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 Wobbel. Wobbel, Wobbel, Wobbel. Sieht total hässlich aus. Schaut's euch an. Hässlich. Oh, wir haben die Mitte wieder. Mitte ist back. Back in business, bro. Mitte haben wir wieder. Okay. Ne, haben wir nicht. Oh, die Horte. Die Horte sag ich schon. Die Allianz hat getappt, Mann. Wer hat denn davon in Hoytys nicht aufgepasst, wenn ich mal fragen darf? Also bitte. Kann aber nicht wahr sein. Da sind so aber Millionen und ah, Millionen, Tausend und Milliarden und Trillionen. Und ich kann schon wieder nicht wenigen was. Ein bisschen fuck. Leck, Alter. Ich kann nicht wenigen. Was ist denn das für eine Rotze? Seit wann geht denn das? Was zur Hölle? Also da muss ich erstmal einen Schluck trinken. Also, da komme ich nicht klar mit. Die Horde macht einfach, was sie will. Was sie will. Ganz anders als die Allianz. Ja, die Allianz. Die Allianz kann alles. Jetzt kann ich es auf einmal wieder benutzen. Check ich nicht. Warum kann ich da nicht wenden? Check ich nicht. Das gibt es sonst auch immer. Ja, du bist der Ober-Pro-Master, ey. Pro-Master geht es mir hier auf den Sack. Du bist jetzt hier mal schön geschnetzelt, habe ich gesagt. Er kriegt so hart aufs Maul. Wut, dreckige Katze. Geh weg. Geh. Nein, nicht betäuben. Geh weg. Komm her, scheiß drauf, Mann. Ich fiste dich jetzt. Irgendwie, ich weiß nicht wie, aber ich schaffe es nicht. Nicht, wie immer. Ist so sinnlos, was ich hier veranstalte. Nice. Ja, aufmauten. Aufmauten und gucken, was geht. Wäre geil, wenn wir so einen Kahn klauen könnten. Das wäre echt nice. Sollen wir es mal probieren? Ne, der Monk. Komm, Monk, probier es. Mailen. Komm schon. Mailen. Du wirst von mir gedefft. Hardcore. Mit meinem Schimmelpimmel-Gier. Aber ich steffe dich. Steff das. Hol es dir. Hol den Karren. Oh, komm her, Bro. He, he, he. Ja, das ist nicht mit gerechnet, ne? Ja, jetzt wirst du noch gesaugt, oder was? Von wem wurden? Nee, er wurde gesaugt. Ha. Geil. Komm schon auf, Mountain. So, schnell zu Mailen. Brauchen wir mehr. Mailen. Darf nicht sterben. Auf keinen Fall. Keiner hört drauf. Seht ihr mal. Und er wird geschnetzelt, bis er umfällt. Oh, Mann. Ihr helft ja. Das ist ja echt fein und exzellent, wie ihr euren Teamkameraden helft. Oh, Gott. Das war mein Fehler. Das war mein Todesurteil, Leute. Ha. Okay. Das war mein Todesurteil. Ich habe gesagt, das war mein Todesurteil. Ach, Mann. Geh doch weg, du scheißdreckige Fackereule. Oder was auch immer. Oh, ich hasse euch, Dudus. Ist scheißegal, ob ihr da oder Eulen oder Katzen. Mir scheißegal. Wie viele haben die eigentlich? Die haben sieben Dudus. Was zur Hölle? Da haben wir noch ein paar Katzen und da haben wir da ein paar Eulen. Aber wir sind hier die Allianzer. Wir haben hier die Eulen-Kombo. Ja, die Eulen-Dudu-Kombo. So. Und dann haben wir noch zwei Hexis, zwei Mages. Und dann haben wir noch vier gemixte. Aber sonst, alles rein, alles rein. Reine Klasse, fast. Meine Güte. Meine Güte. Da ist dieser dreckige Facka wieder. Er ist geblendet. 1A. Ne, komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir scheißen eigentlich mal drauf. Wir gehen hoch, Panda. Vielleicht können wir mal das Panda reißen. Aber wir brauchen echt einen Karren. Dann hätten wir das. Aber Team. Auch Team, komm. Team, denk nach. Ich alleine kann das nicht, oder? Warum loscht die Flagge die ganze Zeit? Hey, dreckige Mage. Komm her. Es ist auch sinnlos, wenn ich hier was mache. Dann kommt eine andere Schurke. Xesia. Haha. Xesia, komm. Haha. Nice. Geh schön auf ihn. Und da ist natürlich irgendeine garstige fucking Eule wieder. Und die Allianz gewinnt natürlich. In der Luft stehe ich. Ich stehe in der Luft, Leute. Leute, schaut es euch an. Ich stehe in der Luft. Hahaha. Ich stehe irgendwo in nirgendwo. Wie das ganze BG über. Hahaha. Geil. Sehr nice. Kann man mal wieder die Stats begucken. Stats? Wo sei denn? 0,6. Also, bader geht's nicht. Bader Call Saul. Hahaha. Bader Call Saul. Ah. War seine Scheiße. Also, so schlecht. Aber okay. Das liegt am größten Teils an meinem Gier. Sag ich mal so. Ah, ja, ja, ja. Na gut. Dann würde ich sagen. An der Stelle ist Schluss. Und ich hoffe, das Horde BG hat euch trotzdem gefallen. Mit meinem lustigen Mage. Der ist was schön in der Luft steht. Falls ihr denkt dran, einen Daumen nach oben zu geben. Oh, der letzte Komponente hat es hinterlassen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin der Michi-Man. Ciao. 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 Ciao.